Im Rheinischen Freilichtmuseum Commern steht eine Windmühle. Sie ist funktionstüchtig und kann immer noch Getreide malen. Über die Arbeit eines Mühlenbauers beim Schärfen und Einsetzen eines Mühlsteines berichtet dieser Film. Ein Mühlstein soll in einen Mahlgang eingesetzt werden. Es ist ein sogenannter Läufer, d.h. der sich drehende Stein eines Mahlgangs. Er erhält seine Antriebskraft durch die mechanische Umsetzung der Windenergie. In einer Seite des Läufers sind tiefe Furchen eingeschlagen. Sie bilden die Mahlfläche des Mühlsteins, auf der das Getreide zu Mehl vermahlen wird. Das Gegenstück des Läufers, der Bodenstein, ist bereits in die Mühle eingebaut. Auch er hat eine profilierte Seite. In der Mühle wird der Mühlenbauer die beiden Steine zusammenfügen. Und zwar so, dass die gefurchten Mahlflächen einander zugewandt liegen. Zunächst wird der Stein in die Durchfahrt der Mühle gerollt. Mit dem Flaschenzug ziehen die Männer den Läufer von der Durchfahrt zum Mehlsöller, der ersten Etage der Mühle. Der Flaschenzug ist an einem Deckenbalken des Steinsöllers, dem zweiten Stockwerk, festgemacht. Hier soll der Läufer eingebaut werden. Um den Mühlstein hochziehen zu können, hat der Mühlenbauer die Bodenbretter des Mehlsöllers entfernen lassen. Den gleichen Weg wie dieser Stein nehmen beim Mühlenbetrieb die Kornsäcke, die zu einem Mahlgang gebraucht werden müssen. Der Mühlstein hängt sicher in der Bodenöffnung und nun kann der Mühlenbauer sich zum Mehlsöller begeben. Hier bedienen Helfer die Kette des Flaschenzuges. Ragt das Loch im Läufer, Schluckloch genannt, über die Bodenöffnung hinaus, wird der Stein kurz festgesetzt, um den Flaschenzug neu anzubringen. Anschließend können die Männer den Mühlstein auf den nächsten Boden, den Steinsöller, ziehen. Dort soll er in einen Mahlgang eingebaut werden. Der Sicherungsbalken wird entfernt und der Stein weiter hochgezogen. Hier auf dem Mehlsöller kommt das fertig gemahlene Mehl von den Mahlgängen im zweiten Stockwerk an. Wenn der Läuferstein hoch genug gezogen ist, legen die Männer wieder die Bodenbretter des Mehlsöllers ein. Auf dem Mehlsöller befindet sich eine Vorrichtung zur Regulierung des Abstands zwischen Bodenstein und Läufer. Eine senkrecht stehende Achse, das Mühleisen, ist in einen beweglichen Querbalken eingelagert. Sie geht oben durch den Fußboden des zweiten Stockwerks und endet dort im Läufer. Das fertige Mehl fließt diesen hölzernen Trichter, Mehlpfeife genannt, hinunter in einen Mehlsack. Der Läufer muss nun vom Mehlsöller zum Steinsöller gezogen werden. Auf dem Steinsöller ist der Bodenstein bereits fest eingebaut. Über ihm soll der Läufer eingesetzt werden. Der Mühlenbauer kommt vom Mehlsöller hinauf, denn nun müssen die Männer den schweren Läufer in die Nähe des Bodensteins wuchten. Zum Transport des Mühlsteins benutzen Sie Bretter und Rundhölzer, auf die Sie den Stein vorsichtig ablassen. Die hier sichtbare Seite des Läufers hat keine eingeschlagenen Furchen. Sie bildet die Außenseite des Mahlgangs und kommt mit dem Getreide nicht in Berührung. Die vier Löcher an der Oberfläche dienen zur Aufnahme von Bleigewichten, mit denen man den Läufer später im Mahlgang auswuchten kann. Bei einem Läufer mit einem Durchmesser von 1,50 Meter und einer Höhe von 40 Zentimeter müssen die Männer ungefähr 30 Zentner in Bewegung bringen. Nun kann die Kette gelöst werden. Um den Mühlstein einfacher wenden zu können, verfügt die Mühle über einen beweglichen Steinkran. Ist die eiserne Zange in die dafür vorgesehenen Löcher eingesteckt, kann der Läufer mittels der Gewindespindel hochgehoben und gewendet werden. Dies ist notwendig, da die Mahlfläche des Läufersteins vor dem Einsetzen in den Mahlgang gerichtet und geschärft werden muss. Der Kran ist wie viele andere Verbesserungen der Mühlentechnik eine Neuerung des 19. Jahrhunderts. Die Wind- und Wassermühlen, die zuvor fast ausschließliche Holzkonstruktionen waren, wurden zu dieser Zeit durch den Einbau von Eisenteilen modernisiert. Zum Schärfen und Richten wird der Läufer auf zwei Holzblöcke heruntergelassen. Beide Steine, Boden- und Läuferstein, müssen nicht gleichzeitig, aber regelmäßig und sehr präzise gerichtet werden, denn davon hängt die Mahlleistung der Mühle ab. Dieses Mal wird nur der Läufer geschärft. Zunächst muss der Mühlenbauer mit Farbe und Richtlatte die unebenen Stellen des Steines sichtbar machen. Dazu bestreicht er erst die Richtlatte mit Farbe. Dann reibt der Mühlenbauer mit der gefärbten Seite der Richtlatte die Mahlfläche ein. So werden alle Unebenheiten an der Oberfläche sichtbar gemacht. Zum Schärfen eines Mühlsteins braucht man drei Werkzeuge. Links und rechts Bille und Messerbille und in der Mitte den Kronhammer. Mit dem Kronhammer klopft der Mühlenbauer zunächst die eingefärbten hochstehenden Stellen des Steines ab. Die gezahnte Schlagfläche des Kronhammers raut beim Schlagen gleichzeitig den Stein auf. Eine raue Oberfläche erhöht die Mahlleistung des Steines. Nun begibt das eigentliche Schärfen des Mühlsteins, wegen des Werkzeugs auch Billen genannt. Mit der Bille schlägt der Mühlenbauer jede einzelne Furche des Läufers nach. Mit solchen Furchen sind beide Steine, Bodenstein und Läufer versehen. Auf diese Weise erhalten sie die Wirkung einer steinernen Schere. Beim Mahlbetrieb wird das Korn also nicht zerrieben, sondern zerschnitten. In das Schluckloch, die Öffnung in der Mitte des Läufers, läuft das Getreide zum Vermahlen. Durch die Drehung des Läufers wird das Getreide nach außen gerollt, wobei die scharfen Kanten der Furchen die Körner nach und nach zerkleinern. Die Drehgeschwindigkeit eines Läufers liegt bei etwa 120 Umdrehungen pro Minute. Der Bodenstein dreht sich im Gegensatz zum Läufer beim Malen nicht. Das fertige Mehl tritt dann am äußeren Rande des Mahlganges aus und rutscht über die Mehlpfeife ein Stockwerk tiefer. Der Verschleiß an Werkzeug ist hoch, denn die harte Mühlsteinoberfläche macht die Arbeitsgeräte schnell stumpf und unbrauchbar. Wie ein Hammer besteht die Bille aus einem eisernen, auswechselbaren Kopfteil und einem hölzernen Griff. Es heißt, dass man einen Müller oder Mühlenbauer an seinen Händen erkennen konnte. Abgesprungene Gesteins- und Eisensplitter drangen in die Haut und verwuchsen auf Dauer mit ihr. Zum Mühlsteinschärfen musste nicht unbedingt, wie in diesem Fall, ein Mühlenbauer gerufen werden. Diese Arbeit, die beim ständigen Betrieb der Mühle alle zwei Wochen zu wiederholen war, erledigten in der Regel der Mühlenknecht und der Müller selbst. Beim Schärfen darf nicht mehr Steinmaterial, als unbedingt notwendig ist, herausgenommen werden. Andernfalls würden die Kerben auf Dauer verloren gehen. Mit einem Besen fegt der Mühlenbauer Staub- und Gesteinsstückchen ab. Für den nächsten Arbeitsgang benötigt der Mühlenbauer die Messerbille. Mit der Messerbille, einem sehr scharfen Werkzeug, treibt er die Sprengschläge ein. Durch die Sprengschläge erhalten die hochstehenden Balken der Malfläche eine zusätzliche Profilierung. Die Schneiden der Furchen werden auf diese Weise mit zusätzlichen scharfen Rillen an der Reibfläche des Läufers unterstützt. Wie zu sehen ist, bringt der Mühlenbauer die Sprengschläge nur am Rand des Läufersteins an. Der Grund liegt darin, dass im mittleren Bereich des Steins das Mahlgut grob, im äußeren Bereich fein zermahlen werden soll. Die großen Poren, die Löcher, die im Stein zu sehen sind, haben scharfe Ränder, die die schälende Wirkung der Rillen unterstützen. Dies ist einer der Vorzüge des Süßwasserquarzes, aus dem die Mahlfläche des Champagnersteins hergestellt wird. Das Herz, das Innere des Steins, besteht aus billigem Sandstein. Kitt oder Zement und eiserne Ringe halten Herz und Mahlfläche zusammen. Diese französischen Steine verdrängten die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts favorisierten rheinischen Steine aus Basalt oder Trachit, die aus der Eifel bezogen wurden. Berühmtes Verladezentrum der Eifeler Mühlsteine war Andernach am Rhein. Nicht die Mühlenbauer, sondern spezielle Mühlsteinhauer stellten die Mühlsteine her. Die Messerbille hat auswechselbare Klingen, die durch die Arbeit an dem harten Quarzstein schnell stumpf werden und ausgetauscht werden müssen. Dieser Mühlstein ist für die Erzeugung von feinem Mehl geeignet. Seine Balken reißen die Schale eines Getreidekorns vorsichtig auf und vermahlen den mehlhaltigen Kern langsam und gründlich. Für die Schroterei verwendet man Steine, die das Getreide schneller, aber gröber, eben zu Schrot zerkleinern. Bei starker Beanspruchung nutzt sich ein Quarzsandstein um zwei bis drei Zentimeter jährlich ab. Verbindungsstück zwischen Läufer und Bodenstein ist dieses dreischenklige Eisen, die Haue genannt. Nachdem der Mühlenbauer die Gewinde zum späteren Ausbalancieren des Mahlgangs überprüft hat, kann er die Haue in die exakt ausgeschlagene Öffnung im Läuferstein einpassen. Durch das Schluckloch, die verbleibende Öffnung im Läufer, soll später das Getreide zum Vermahlen einfließen. Zur Montage im Mahlgang wird der Läufer wieder mit dem Kran hochgedreht und gekippt. Die bearbeitete Fläche des Läufers muss zum Bodensteingewand liegen. Im Bodenstein lagert das Kopfende des Mühleisens in einem gefetteten Holzring. Über das Mühleisen lässt sich der Abstand des Läufers zum Bodenstein regulieren. Je weiter der Abstand ist, umso schneller, aber gröber wird das Getreide vermahlen. Mühleisen und Haue müssen ineinander gepasst werden. Die Männer drehen den Kran mit dem Läufer herunter und schwenken ihn über den Bodenstein. Das Mühleisen muss genau senkrecht zur Haue stehen, andernfalls würde der Stein poltern. Der Mühlenbauer entfernt das Seil, mit dem er die Haue an ihrem Platz gehalten hatte. Der Läufer muss exakt parallel zum Bodenstein und waagerecht zum Mühleisen liegen. Äußerst präzise balanciert der Mühlenbauer die Steine aus. Man sieht, dass nur der Läufer, der obere Stein eines Mahlganges, sich dreht. Über die vorstehenden Eisenstifte lässt sich die Lage der Haue auf dem Mühleisen sehr genau einstellen. Der rechte Sitz von Mühleisen und Haue, exaktes Abrichten sowie eine ausgeglichene Balance der Steine sind entscheidend für die Lebensdauer und Mahlleistung eines Ganges. Beide Steine liegen mit millimetergenauem Abstand aufeinander. Nun können der Mahlgang und die Antriebswelle, die Klaus-Spindel, zusammengefügt werden. Die Klaus-Spindel ist über das Spindelrad mit dem Getriebe der Windmühle verbunden und übermittelt die Drehung der Flügel. Zum Abrichten der Steine war sie zur Seite geschoben worden. Das Endstück der Spindel nennt sich Klaue. Über die Spindel erhalten die Mühlsteine eines Mahlganges ihren Antrieb. Das Spindelende passt genau in die Haue, lässt aber noch genügend Platz zum Einfließen des Getreides. Zu einem Mahlgang gehört noch eine Umkleidung, die sogenannte Bütte aus Holz. Die Bütte fängt das fertige Mehl auf, das über Öffnungen im Boden zur Mehlpfeife im unteren Stockwerk fließt. Die Verschalung wird mit Holzkeilen zusammengesteckt. Dem fertigen Mahlgang fehlt nun nur der Aufsatz mit dem Trichter zum Einfüllen des Getreides. Ein Trichter ist bei dem zweiten Gang, dem Schrotgang der Mühle, bereits angebracht, sodass hier ein kompletter Mahlgang zu sehen ist. In der Windmühle des Rheinischen Freilichtmuseums kann wieder Getreide gemahlen werden. In der Windmühle des Rheinischen Freilichtmuseums kann wiederfinden eventuell nach Am tollen mussten die financing zu machen, Vielen Dank.